und das nenne ich eine begrüßung erst mal direkt den falschen knopf gedrückt hier und dann würde ich sagen herzlich willkommen zu einer neuen folge von sky world jetzt haben wir den namen hat sich ein klein bisschen geändert aber die hühner müssen wir auch mal irgendwann wieder füttern wir brauchen futter 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 ich habe die letzten ja hallo ich brauche wir brauchen futter was machen wir heute wir machen endlich da den see das habe ich jetzt weiß ich auch was da falsch gelaufen ist ja wollte das hier eigentlich die versetzen ja gut jetzt weiß ich auch was hier schief gelaufen ist egal der effekt soll hallo ja danke komme ich auch raus hallo hallo könntest du da vielleicht erst mal weg gehen damit ich hier raus kann und nicht runterfall so jetzt muss ich mir auch erstmal einmal wasser holen ja also wir füllen heute den see da endlich auf und dann wollen wir mal gucken ob wir eventuell da bisschen was bohren ich hätte nämlich gerne mal einen tinten füllen ich habe das da drüben auch geschafft sobald du nämlich also da drüben hat auch etwas gebracht habe es auch irgendwie geschafft da drüben nur so füllst du ja die rennen und hier reingeflogen was füllst du ja eigentlich nur die rennen und die mitte doch nicht ja mach mal weiter jetzt muss ich jetzt mal hoch hoch hier in der unendlichen quede nein haben wir nicht noch mal irgendwie am rand jetzt irgendwie eine ja er war gut er war daneben ich habe mich nicht wie ich das auf der einen seite da geschafft habe irgendwie auch geschafft voll zufrieden voll zufrieden so wasserquelle ist weg hier unten da ist noch ein eifer drin ja dann hau doch mal hä? wieso ist die wasserquelle weg? ich hole vom see ich hole vom see so was wunderbar wie kann das denn bitte passieren? auch nicht schlecht deswegen habe ich ja gesagt nehmen wir es aus der mitte ich glaube mal da ist der knasus knacktus gewesen ich versuche jetzt mal hier was anderes ich glaube wir fangen von unten an und arbeiten uns nach oben so jetzt haben wir eine unendliche quelle mehr braucht man nämlich nicht siehst du? oh so langsam steigt das ne? so war auch meine idee ja schuldige dass ich schuldige dass ich mal nicht auf dich gehört habe ja ich war's ja besser als was? ich werde es jetzt mal dezent überhört haben tja nur weil ich besser als du bin aber das hier ist nicht so und die nächste Ebene ist fertig yay aber hier ist noch nicht zack noch ein einmalchen so aber hier ist die Ebene noch nicht fertig ist ja noch nicht da wo ist denn jetzt die Quelle? ja ja so so müssen wir noch gucken so müssen wir noch gucken so so jetzt jetzt noch von der anderen Seite alter ich lasse dich das gleiche alleine machen ich bin hier hinten in der Ecke warte bis du da fertig bist mach ab jetzt von jetzt ist irgendwas irgendwas ist da schief gelaufen ne irgendwas ist hier irgendwo ist da knapp naja ich glaube da wird er fast behaupten dass es hier so in der Ecke ist weil ich kann hier atmen ohne dass mir was passiert ja hier ist auch noch irgendein fetter Luft aber ich glaube nicht so ganz ne ich muss auch ein Punkt jetzt habe ich es glaube ich gerade gefunden oder Ah, jetzt, jetzt. Ich glaube, du hast den gefunden. Ich fange schon mal von hier oben an und mache hier durch. Das ist doch so gerade. Nicht runtergefallen. Das ist immer das Schöne, wenn du einmal eine unendliche Quelle hast, dann hast du sozusagen brauchst du nur einen Eimer. Das sieht zwar sehr lustig aus, was wir hier fabrizieren. Aber der Effekt ist ... hoffe ich ja mal effektiv. So. Ja. Ne, da fehlt noch. Hier ist ein kurisches Luftloch. Ja, dann mach es doch zu. Keine Ahnung wie. Ich kann da drin nicht mal atmen. Dann ist da keins. Ah, das kommt hier aus der Mitte. Warte. So, jetzt müsste das weg sein. Ne, das sieht doch eigentlich alles ganz gut aus. So. Jetzt gehe ich unter Wasser und ... Na ... Dann schauen wir mal, was hier gleich her spawnt alles. So. Dann noch ein bisschen und da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Und da und da und da. Na, das sieht doch cool unter Wasser aus, ne? Ja, das andere besser. Ich weiß, dass die grüniger ist. Ja, aber nicht unter Wasser. Ich hab ja noch ein bisschen. Oh, ich muss mal langsam Luft holen. Da ist noch ein bisschen, da ist noch ... Ah, gehst du wohl. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch irgendwann außen herum bauen. Eine Landschaft und dann hätten wir ... Schön See, ne? Mhm. Ja, und da wo du jetzt stehst, da wollte ich einen Wasserfall nach unten machen. Hm, jetzt kannst du richtig schwimmen. Schwimm mal richtig. Ich will jetzt sehen, wie du schwimmst. Das ist nicht schwimmen. Du läufst im Wasser. Ja, aber ... Ich schwimm. War das nicht mit Doppel W? Ah! Gucke mal an. Sie kann schwimmen. Dann muss ich mal ein fettes Schwimmbecken machen. Ja, dann gucken wir mal. Auf! Was denn? Ich hätte Schaden bekommen. Ja, weil du wahrscheinlich einmal trinken warst. Warte, ich will das auch mal sehen. Mach mal. Auch mal sehen. Soll ich das mal machen? Ja. Geil. Cool, ne? Das sieht einfach nur irre aus, oder? Wie du an die Oberfläche gehst und dann auf einmal stehst. Ich würde sagen, See erledigt. Den Wasserfall nach unten machen wir irgendwann mal. Wir wollen jetzt endlich in den Nether. Und da noch ein bisschen ... Ich hab da ja was entdeckt. Und das wollen wir jetzt erkunden. Aber dafür müssen wir uns erstmal equippen. Haben wir überhaupt noch Goldhelme? Ja, ne? Ja, wir brauchen noch genug Zeit dazu. Wir haben jetzt erstmal 10 Minuten, oder so 12 Minuten hinter uns. Ist auch was gemeint. Ja. So, den brauchen wir. Die Eimer tun wir mal bitte weg. Ich kann das nicht verlieren. So, die Setzlinge tue ich auch mal weg. So. Brauchen wir ein Heimungsstück, dann wohl so. Ja. So. Ja. Das brauche ich jetzt mal eben hier rein. Zack, zack. So. Wir brauchen auch Pfeil und Bogen. Kein Bogen. Oh, da sind nur noch drei Pfeile. Eh, da ist ein verzauberter Armbrust drin. Aber ich komm damit eh nicht zurecht. Äh, unten, wo die Mops sind, ähm, können wir... Dingern. Kannst du Pfeile holen? Da ist eine ganze Kiste voll. Bringst du so zwei, drei Stecken mit? Gleich. Also, wir bereiten uns jetzt vor und in ein... In ein Bild? Ich brauche was Goldenes. Ich weiß nicht, wo unsere goldenen Sachen sind. Hier. In der Rüstung. Oh. Ja, gut. Äh, nehmen wir den Schutz. Dann habe ich... Also, dann muss ich jetzt einen anderen... Die Hose wieder weg, aber dafür den Helm. Äh... Du brauchst, äh, bring mal so vier Stacken, äh, Pfeile mit. Ich glaube, die werden wir auf jeden Fall brauchen. So, und dann werden wir in der nächsten Folge... Also, wir werden auch jetzt, jetzt schon mal runter gehen und dann starten wir in der nächsten Folge... Einen Angriff auf die Nether... Äh, Festung. Ja, genau. Die habe ich nämlich, äh, dadurch, dass ich Optifine ein bisschen erhöht habe, entdeckt. So, und da werden wir jetzt, äh, mal hingehen. Und ich werde jetzt erstmal in der Zeit, wo sie nach unten jumpt, ein paar Hühnerchen... ...was zu Futtern geben. Weil wir brauchen langsam wieder Futter. Boah, so viel Gold unten. Oh, also, also unser Golem ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Warum? Der hat gerade einen Mob getötet. Hihihi. Der hat eine Spinne getötet. Dankeschön. Echt herzlichen Dank, also, du darfst jetzt noch was bleiben. Ja, wir haben vergessen, bei den Bäumen auszuleuchten und dadurch spawnen da Mops. Ja, und der tötet die alle. Soll ich da mal ein paar Prackeln setzen bei den Bäumen? Der wäre, glaube ich, nicht angebrochen, ne? Ja, ich kann dich nicht mitnehmen, Kätzchen. Ist ein bisschen gefährlich, bleib mal schön hier. So, ich setz mal eben, weil durch die Bäume ist das sehr dunkel, also können da auch Mops spawnen. Mops, Mops, Mops. Deswegen hau ich mal eben ein paar Prackeln jetzt. Und ich würde mich holen, sie doch. Ähm, wir gehen mal auf Nummer sicher. Ja, nein. Weil ein Zombie-Villager will ich jetzt nicht haben. So. Hier, deine Tüche. Hast du jetzt für jeden vier Stack mitgebracht? Ja. Ja. Das dürfte aber reichen, weil wir haben, da ist ordentlich was. Watter spawnen. Könnt ihr jetzt, wenn ich mal eben die Fackeln wegtun? Und dann können. Ich brauch ein Ding. Äh, guck mal, dass wir auch genug Essen mitnehmen. Kein Bogen. Hm? Essen? Pack mal zwei Stecken Kartoffeln da rein, ne? Ja. Ähm, machst du die jetzt in den Backofen, oder was? Ich bin zwar... Ich hab dich nicht gebackenes mehr. Was? Doch ein Hühnchen. Äh... Wie hast du gesagt? Wir haben nichts gebackenes mehr, außer ein Hühnchen. Ja, dann mach ruhig mal eine Kartoffel. Wir müssen eh gucken, dass wir in den nächsten Folgen vielleicht die Farm ein bisschen erweitern. Vielleicht kriegen wir ja auch irgendwann Besuch, vorausgesetzt ich kriege eine Antwort von ihm. Aber ich würd auch hier, wo ich jetzt hier in der Farm bin, sollen wir die nach oben weggehen lassen? So Treppenstufen mäßig? Ja. Scheiße! Ich bin ins Vault gefallen. Das heißt, mein ganzes Equipment ist jetzt weg. Toll. Ja, wir haben genug Eisen, also ich kann mir eben eine neue Rüstung machen. Aber... Ich wollte eigentlich nur gucken, weil da was im See gespawnt ist. Mehr wollte ich eigentlich nicht machen. Ja, da ist was im See gespawnt. Warte. Kannst du mir eben eine Rüstung machen? Ich geh mal eben gucken. Das will ich jetzt... Warte, da ist irgendwas gespawnt. Aber ich weiß nicht was. Da sind Fische drin. Jetzt ohne Witz. Hier sind Fische. Danke. Also war das schon tief genug. Aber du blöde Kuh. Guck mal, hier sind Fische. Guck mal, Leute, wir haben Fische. Wenn ich jetzt einen Eimer hätte, könnte ich die mit dem Eimer einfangen. Aber was ist das denn, wenn wir da hinten runter jetzt noch den Wasserfall machen, ne? Was spawnt denn dann noch alles? Puh. Und du wirst lachen, wenn wir jetzt in diesem See angeln, könnte sein, dass wir vielleicht mal was kriegen. Warte mal in was. Ja, aber nicht jetzt. Doch. Nee, wir gehen jetzt in den Nether. Wir haben gleich jetzt... Ja, ich muss mich erstmal wieder... Ja, das stimmt. Erstmal muss ich mich wieder neu... Knauze. Äh... 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 Aber ich glaube dafür brauche ich, äh... Dafür brauche ich Holz, oder? Was ist denn das Ding jetzt? Ich brauche... Ja, ich brauche neue Pfeile. Ah, da. Äh... Genauso wie bei... Ja, aber... Warte, ich mach das gleich mal. Ja, ich rüste mich jetzt neu aus und in der nächsten Folge gehen wir dann endlich in den Nether. Ich würde sagen, ich verabschiede mich... Verabschieden... Ja, ich ja. Ich habe gestern zu viel aufgenommen. Wir verabschieden uns jetzt mal für heute... Und sagen bis zum nächsten Mal! Hm...